Herzlich Willkommen zur Lösung Digital Logbuch. Neu bei Schneidelektrik die Lösung für Ihre digitale Dokumentation, für Ihre Wartung, das herstellerunabhängig in Verbindung mit Smart Panel, mit EcoStruxure Power Commission für Niederspannungsanlagen, können Sie aber auch bei jeder Mittelspannungsanlage, Brandmeldeanlage nutzen, somit überall einsetzbar. Sie können Ihre Liegenschaften an unterschiedlichen Standorten mit unterschiedlichen Facility Management Teams führen und somit effizient arbeiten und alle wichtigen Themen der Wartung umsetzen, ohne dass es zu Ausfällen Ihrer Anlage kommt. Dieses App heißt EcoStruxure Facility Expert und ist kostenlos in allen App Stores verfügbar und funktioniert ganz einfach. Ich lade mir das App runter, starte, scannen und alle Informationen sind über einen QR-Code an meiner Schaltanlage verfügbar.